Ich habe ein kleines Thema zu sprechen, ich habe ein Skinpack vorbereitet für die eigentlichen 250 Abonnenten und ja, ich habe mir auf jeden Fall schon richtig viele Leute angeschrieben, ja, hau doch mal bitte das Skinpack aus, das ist ja so cool, macht doch eigentlich mal den Skinpack öffentlich und da habe ich mir jetzt gedacht, ja, dann mache ich das auch einfach mal und jetzt die... Goodbye, motherfucker! Ich versuche jetzt mal trotzdem die Runde jetzt hier noch zu reißen. So, nix bekommen, nix. No, nein, jeden Tag. Mann, kann doch nicht weiter sein. Oh, geil. Ja, ähm, wie ihr schon seht, ich habe nix. Werde jetzt gekillt. Von irgend so'n Randy mit so'n Celtic Skin. Oh, da war ich mit dem Tisch da müssen. Sieht aus, als hätte der Kill auch mal. Mann, so ne... Komm ich später. Endlich. Mann, schwer. Ja, ähm, komm wir mal weiter zum Thema. Ähm, ich werde euch die Skins, also werde ich euch dann in einem Extravideo nochmal veröffentlichen, wenn ihr das Skinpack dann äh, haben wollt. Ähm, es sind, äh, auch Mädchen-Skins dabei. Aber ich glaube, ich mach die trotzdem raus, dass es halt nur Jungs-Skins sind. Und, ähm, ja, dann versuche ich vielleicht mal vernünftig diese Runde hier noch zu Ende spielen. Und, ähm, vielleicht können wir ja auch noch mal hier was reißen oder so. Wär natürlich cool. So. Und jetzt haben wir, ähm, erst mal ein bisschen gelitten und gucken, wo hier gleich noch ein paar Kisten sind. Ja. Vielleicht springen wir schon aus, ähm, Frust einfach runter. Und, ähm, wie heißt das jetzt hier so? Hier haben wir nicht die Äpfel-Sticken. Und, nice. Endlich mal ne bessere Brustplatte. Und, äh, ja, mein Server wird dann auch bald, äh, wieder öffnen. Das heißt, wieder, ähm, ja, wieder ist jetzt eigentlich ein schlechtes Wort. Auf jeden Fall wird der Server öffnen. Und, ähm, da, ähm, wird gerade noch ein bisschen dran gearbeitet und so. Dass wir natürlich auch keine Hacker oder sowas sonst drauf haben. Oder irgendwie so ein paar, äh, Weaver. Und, ähm, ja, mal gucken. Ähm, aber nun haben wir leider wenig. Gucken. Ah, vielleicht noch eine kriegen. Okay. Fünf-Spieler-Länder. 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 Def-Match startet jetzt. Vielleicht können wir ja irgendwo total bescheuert abstorben. Fünf-Spieler-Länder. Was natürlich richtig fies ist. Aber es macht jetzt noch nicht so richtig viel mehr. So, und wir gehen einfach mal. Fünf-Spieler-Länder. Ich schaue mal hier nochmal. Da. Oh. Ich glaube, der hat ganz schön viel Damage gezogen. Der da. ich bin da ja auf jeden fall haben wir das gröbste mal angesprochen das was wir eigentlich machen und ja ich würde sagen wenn euch gefallen hat lasst auf jeden fall meine post und ich würde sagen wir sehen uns dann bei einer weiteren runde so war die games bis dahin schön mit